Wir sind gerade in einer Gondelbahn. Wir fahren gerade 1500 Meter hoch. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Ich habe so Angst, Digga. Canelo, hoffentlich kommt mir gut an, Digga. Oh mein Gott, Junge, wie steil geht das? Schaut euch mal, wie steil das ist. Oh mein Gott. Oben soll sogar noch Schnee liegen. Ich bin jetzt richtig gespannt, wie es oben aussehen wird. Oh mein Gott, es wird immer höher und höher. Schaut mal bitte, wie es hier aussieht. Schaut euch das mal an, wie steil das nach oben geht. Bonny ist auch mit dabei. Sie ist richtig, richtig brav. Oh mein Gott, schaut mal, wie weit oben wir schon sind. Alter. Freunde, das Problem ist, ich habe eigentlich richtig Höhenangst, Alter. Ich scheiße mir gerade richtig krass in die Hose, ich sage euch ehrlich. Oh mein Gott, es hat gerade richtig krass gewackelt, Digga. Was ist das? Alter, Junge. Hier liegt noch überall Schnee. Wir sind gleich angekommen. Canelo, geht es dir gut, mein Schatz? Geht es dir gut? Wann sind wir endlich da, Junge? Ich scheiße mir gleich in die Hose. Ich habe Höhenangst, wieso tue ich das? Wieso tue ich das? Schaut euch mal, wie geil diese Berge aussehen.